Hallo liebe Freunde unserer wunderschönen Muttersprache Ostblatt. Heute mal nicht im heimischen Wohnzimmerstudio, sondern hier draußen im freien Feld, nahe des Klinkumer Waldes. In Klinkum gab es noch vor einigen Jahren sieben Gasthäuser, also Kneipen, die zum Einkehren einluden. Und eine war für die Weidmänner die erste Adresse, das Café Schröttgens. Die Inhaber des Cafés, in dem man auch selbst hergestelltes Eis und gebackene Torten verzehren konnte, waren Martin und sein Sohn Heinz-Josef Schröttgens. Für die Jäger gab es natürlich auch ein Bier schon und den obligatorischen Jägermeister. Die Familie Schröttgens hatte die Jagd im und um den Klinkumer Wald gepachtet. Und am 3. November eines jeden Jahres erklangen morgens in aller Frühe die Jagthörner als Einladung zur Jagd. Die Jäger trafen sich im Café und die Jagdsaison konnte beginnen. Am 3. November gedenkt man ja auch des Schutzheiligen und des Begründers der nachhaltigen Jagd des heiligen Hubertus. Ich habe mal meine Erinnerungen in einen kleinen Liedtext gepackt, wie ich die Treibjagden so als Außenstehender erlebt habe. Die Diplomatenjagd von Reinhard May stand Pate zu diesem wilden Treiben in Wald und Feld. Am 3. November du liegst noch im Bett von Witten und Hörnerklang. Die Jäger, die Träute wie Wildem, der Bett, der Drief ja, die fängt nur an. Es ist in Hubertus, mein Wünsch, sicher Jodschuss, der Jäger und Riefer, paar Enkele wiefer. Der Flint ist gelane, der Hung an der Link. Es rennt wie ein Sau, die Kälte, die Meckping. Brrrr, 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 brrrr. Nur jeden der Rennen der Bursch auf das Feld, der Flint im Anschlach gebräbt. Der Hung läuft los und sök'n'n't Hild, der Haas der Uhre anlebt. Fällt, hände, Fasane, die Konten in Ahne. Keiler und Sau, ich rat' Freote, verdäue. Selbst ne Staatsbock und sie drücke sind da Im Wellen der Busch, das Welle ist ganz nah Et knalle de Flinte, ne Pulverblitz, ne Drieferpass ob de Latzett Weil ne 90-jährige Wilken wird's grad ne Dacke mit Schrott umgelebt Da will schützt Karl Mayer, schützt obene Reier De schnitt sie ins Kot und schon ist sie fort Als sind sie am knalle noch ein Bergmannet hört In Welsau erhört sich beim Sohle gestört Brrrr, 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 brrrr Wat bewegt sich denn da in denne Gebüsch, wo ne Brils, der Düt, dat schläbt Dat krit gotter Hang in den Öffel gewischt, wem hätte denn nur umgelebt Ja, jans ohne Zweifel, he, schützt wie ne Düfe Man dreht dem ganz höch bis kurz an der Büsch. Dann dem Päs in Knarre, he, Schüttkut und Jod, so wögt den Stadtsrad und Berg sind dort. Dat der Tünden an die Rad noch weit man's hellbrüllt, hätt jähe und rief er gestört. He, jöfe paar Euro, da mit in die Gült, effe kaum jähe Meister der Tür. Dat mut man dem alle zu jute Halle. Dat war bei Hubertus ne prächtige Platschus, da net gerade ne Stadtrott und Berg dann tröf, wo Pech oder Glück juttadet hat jöf. Et wie der Altöster, der Driefjad am Eng, der Streck liegt mit der Peter und Plei. Pastor sind et wild mit Bären, der hängt an Stiefel und schon hängt noch klei. Der Hörner erklinge, der Jäher am Singe. Et jäht an et Erde, ren Kelsen vor Jähte. Jäher Meister in Ströme, Pastor ist am Jöme. Ninkfassanet, wenn dich Hase fährt, kailo en Sau. Der Jäher ist vorbei, et Welt hätt noch rau. Brr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- Untertitelung des ZDF, 2020